Okay, wir versuchen durchzurennen. Okay, wir versuchen durchzurennen. So, jetzt komme ich aber nicht drum rum. Die muss ich jetzt klatschen. Komm her. So. So. Apu! Weg! So. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Ich ducke mich mit Dreieck. Das wäre klug, wenn ich rennen würde. Klar, er rennt nicht, macht nichts. Ach nein, das war Quatsch. Ich muss springen. Ach, ich muss... ... 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 Haben wir das auch mal gesehen. Okay. Bitte renn doch. I please you. I please you, 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 Dankeschön. Da ging es aber auch nicht noch irgendwo gut. Gut, gut, gut. Ah ja, die Aktion, okay. Okay, da ist die größere Lücke. Zwei, drei, ducken, nein ducken, springen, ducken, lauf, ducken, springen, ducken, lauf, ducken. Wir laufen noch mal ein Stück, ducken, nein, tun wir nicht, tun wir nicht, ach scheiße. Okay. Spring, ducken, ducken. Lauf, 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 lauf. Okay. Und da ist der Übeltäter. Der Typel-Ether. Okay. Ach du liebens. Aua, au, 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 au. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir voll egal. Dann tu mir halt weh, dann tu mir halt weh. Komm schon. Ach guckst du einer, schau. Yay. Ersatzteil. Tittiri. Tittiri. Das ist wichtig. Tittiri. Und zwar, ja. Ist mir egal, ist mir egal. Tittiri. Sie können sie mir egal, ist mir egal. Er, ist mir egal. Aber er ist weniger egal. Er, ist mir egal. Glockenläuten Um den Rest kümmere ich mich später. Jetzt hole ich erst mal alles, was ich so brauchen kann. Und dann gehen wir rein. Ach nee, erst mal holen wir gleich noch den Drachen-Schlangen-Gott-Gedöns. Ach ja, schön, schön. Wir kommen voran. Hm, nö. Ich glaube, ich hole den jetzt schon. Ich habe ein bisschen Besuch für euch. So. Komm, hilf mir. Geil. Mit einem Schlag. Komm, hier hinten die noch. Komm, Schnucki. Hier hinten noch. Hier hinten noch. Schnucki, hier hinten noch. Wo ist er denn? Aua. Ja, selber wehren, wäre ja auch. Wo ist er denn? Ist er jetzt tot? Dankeschön. Dankeschön. Komm, hilf mir hier hinten noch, Schätzchen. Hier. Wo ist er? Ja, mei, wo ist er denn? Och. Er war fleißig. Cool. Hi. Da kommt noch einer. You have to help me. You have to help me. Falls du überhaupt noch da bist. Ich weiß es nicht. Wusch, wusch. Oh, jetzt ist er weg. Alter. Und. Ausmaul. So. Okay, er ist weg. Er ist leider von Danen gesogen. In. Hmm. Hallo, du. Hör mir mal zu. Ich hab da was. Wie jetzt? Gut, es hieß, ihm fehlt ein Zahnrad. Und das hier sieht irgendwie aus wie ein Schnüssel. Ein Schlüsselknopf. Knüsselschnopf. Was genau? Wie genau? So, hier so. So, da. Sie tut es allein. Geil. Ich will ihr zugucken. Ähm. Ah. Oh. Aha. Hä, aber das war doch das Tor. Hier war doch vorhin schon frei, oder nicht? Aber sie hat es jetzt noch... Hä? Ach nee, das hier ist die Seitenwand. Jetzt wird ein Schuh draus. Yay. Yay. Geil. Ja, Mann. Gib mir alles, was du hast. Und ist sogar noch was übrig. Ach so, die ist jetzt nur einmal geradeaus gefahren. Horn. Ne. Ist das eine große. Ja. Ich hab endlich eine fünfte. Der, den kann ich noch nicht. Ich bin bei 65, 63, man weiß es nicht. So, der verkauft wahrscheinlich nur Geld. Was hast du? Ähm. Hm. Wie viel hab ich denn jetzt? Seh ich so nicht. Nein, das war nicht der Plan. Nein, das war... Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, das kann, glaube ich, nicht schaden. 4, 8, 12, 16, 20. Das werde ich nicht tun. Ich mach nur 100. So. Okay. Okay, okay. Hier komm ich an den Kelch. Also das hat sie jetzt getan. Sonst nix. Mäh. Naja, gut. The Last Unicorn. Naja, nicht ganz. Ja. Wupp, wupp. Das kostet echt 100. Ich möchte Geld sammeln. Nein. 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 Aber alter Finne, sollte ich dieses Level wirklich mit 100% abschließen? Das, äh... Das, äh... Krass. Das ist, äh, für meine Verhältnisse schon, äh... Äh... Ja. Pro Gaming auf neuem Level, ne? Krass. Gib mir den fucking Kelch, joh. Wupp, wupp. Ah. Ja, Mann. Ah, ja, Mann. Jetzt muss ich trotzdem nochmal durch diese ganzen... Kreise da durch. Wupp, da, 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 da. Because, sonst, äh, kann ich das Level gar nicht beenden, ne? Na, toll. Naja, verlieren wir halt noch ein bisschen Leben. Wir können's ja. Because, wir haben fünf. Boah, voll geil. Eins, zwei. D-d-d-d. Oh. Ich sag doch, Pro Gamer und so. Yeah. Okay. Finger trocknen. Und jetzt vollste Konzentration. Level, hundertprozent. D-d-d-d-d. Uh. Uh. Uh.